Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen zum nächsten Teil meiner Venom-Reise. Wir haben den nächsten Dreiteiler vor uns, Venom The Hunted, und wir beschäftigen uns erstmal mit den Covern. Dreiteiler heißt natürlich auch, die Analyse wird vielleicht nicht ganz so ausschweifend ausfallen wie in den anderen Videos, aber ich gebe mein Bestes. Ich habe es mir jetzt extra mal gekrallt und die Lücke hier stehen lassen, weil dieses Heft, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Und es gibt auch so viel drauf zu lesen auf diesem Cover, ich blende es euch ein. Na klar, Marvel-Exklusiv 35, etwas abgewandelt, weil wir da den Hintergrund nicht unbedingt haben wollten, um es in Deutschland zu vermarkten. Und wir haben da auch ganz andere Geschichten drin abgedruckt in diesem Marvel-Exklusiv. Wir haben da Marvel, äh Marvel, Venom Funeral Pyre und Venom The Madness drin abgedruckt, welche ja zu diesem Zeitpunkt schon Jahre zurückliegen tatsächlich. Komisch. Ich muss auch sagen, das Cover ist ganz geil und auch das erste Cover ist ganz geil, grundsätzlich vom Venom-Motiv her, da kann ich gar nicht groß meckern, ist okay. Aber was hat man denn da bitte im Hintergrund verbrochen? Confused Cops, Female Symbiotes, Attack Choppers. Dann wird es ein bisschen abgedrehter, Carnivorous Aliens. Wo kommt die denn her in einer Venom-Story? Die hatten wir bisher noch gar nicht so drin. Und die, und jetzt kommt der Skateboarders. Die Skateboarders brauchen wir unbedingt und die Skateboarders scheinen in den 90ern so ein großes Ding gewesen zu sein, dass wir sie unbedingt zu einem festen Bestandteil auf diesem Cover und nicht nur auf dem Cover machen, nein, sondern Larry Hammer macht sie auch zu einem relativ großen Ding innerhalb der Storyline. Gut, Larry Hammer, das ist wirklich abstrus und kommt Venom so gar nicht gleich. Aber ist okay, scheint wirklich ein Ding gewesen zu sein damals. Ich habe es angesprochen, Larry Hammer bekommt seinen vierten Versuch und er verbastelt wieder sehr viel, was er sich aufgebaut hat in den letzten Venom-Minis. Ist auch okay, beispielsweise das NYPD, also das New York Police Department, wo er jetzt das ganze Geschehen auf zwei Detectives im Speziellen lenkt, das sind Clark und Steen. Das ist auch ganz cool, auch das erinnert mich ein bisschen wieder an die ganze DC-Geschichte mit Batman und dem GCPD, wo es halt Bullock und Montoya sind, größtenteils. Und das hier ist irgendwie so daran angelehnt. Good Cop, Bad Cop in dieser Geschichte, das funktioniert ganz gut, das hat er in Ordnung gemacht, kann ich gar nicht groß meckern. Das erste Heft ist also der Kriminalfall. Wir haben Mordfälle und Venom wird dafür verantwortlich gemacht, obwohl er es für den Leser augenscheinlich nicht ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diesen Teil ziemlich irreführend in den ersten Heften, wo man auf Panels genauer gesehen hat, dass ein Symbiont auf jeden Fall der Killer ist, wo wir genau wissen, dass Venom es nicht war und Scream auch nicht, wissen wir spätestens im zweiten Heft. Und auch unbedeutende Symbionten, die jetzt vom Planet, der Symbionten-Event, irgendwie übrig geblieben sind, die werden ja gerade abgeschlachtet, also können die es auch nicht gewesen sein. Ja, was soll denn das sein? Und das ist eine Stelle, wo Hammer eigentlich in der Auflösung wieder ziemlich übertreibt, denn wir haben es hier mit einem Alien letztendlich zu tun, was uns in den dritten Akt überführt, also der zweite Akt im zweiten Heft war die Verfolgungsjagd auf Venom. Und der dritte Akt ist dann das große Aufeinandertreffen aller Player. Venom, Scream, NYPD und dann noch diesen Alien, der ein Formwandler ist und dementsprechend sich als Symbiont ausgibt, nur um auf den Leser so zu wirken, weil seine Opfer können ja eh nichts mehr berichten später. Naja, okay, Larry Hammer, das sind wir gewohnt von dir, das war nicht wirklich gut durchdacht. Kommen wir nochmal kurz zum Zeichner. Duncan Rouleau ist an der Serie, noch nie gehört ebenfalls, aber was mir positiv zumindest aufgefallen ist, er macht sehr stabile Arbeit, da waren keine großen Ausrutscher drin, es waren aber auch keine großen Highlights drin, es war einfach komplett stabil, ganz in Ordnung. Deswegen, es hat mich gefreut, nachdem Joe St. Pierre das Ding so zerrissen hat für mich in The Long Came a Spider. Apropos The Long Came a Spider, wir befinden uns weiterhin in der Klonsaga, das bekommen wir aber auch nur dadurch mit, dass Ben Reilly einmal ganz kurz auftaucht, sein Name nochmal fallen gelassen wird und dann ist er auch schon wieder raus aus der Story. Und halt, dass das Planet der Symbionten Event halt ein, zwei, drei Mal erwähnt wird, weil wir uns teilweise denken, wer ist denn jetzt dieser Symbiont, wenn man dieses Event nicht gelesen hat? Also, ich merke das immer mehr für diese Reihe und auch für die letzte Long Came a Spider, wäre es wirklich nicht dumm gewesen, auch das Planet of the Symbionts Event zu lesen. Larry Hammer macht es grundsätzlich wirklich gut. Ich will gar nicht groß meckern, er verranzt es wieder bloß zum Schluss. Dieses NYPD, Good Cop, Bad Cop Ding, voll gut. Die beiden sind gegensätzlich, die polarisieren irgendwie, die Handlungen sind nachvollziehbar von beiden irgendwo, das passt, das matcht sehr gut, das ist echt klasse. Er trifft Eddie Brock genau da, wo ich ihn haben will. Er ist verletzt, er ist am Boden mit seinem Leben, er würde alles tun, um ein bisschen Schotter reinzubekommen und deswegen kommen wir auch auf diese Skateboard-Geschichte. Er gibt sich dann als Teenager aus, durch seinen Symbionten geht das ja, äußere Verwandlung und so, und gewinnt dann so einen kleinen Skateboard-Wettbewerb, um 500 Mäuse zu gewinnen. Voll okay. Da würde ich aber Schluss machen mit diesem Skateboard-Thema. Diese Skateboard-Kids, die er da kennenlernt, verfolgen ihn dann die ganze Story über, sind total über und dann greifen die auch noch in den Kampf ein Venom mit Scream gegen dieses heftige Alien, den Symbionten-Killer. Ja, und da jetzt die kleinen Skateboard-Kitties rein, ne? Genau, das machen wir in den 90ern. Total drüber. Verfolgungsjagd durch Autos sind durch, auf einem Zug und die Skateboards sind dabei und Gippie. Und Larry Hammer, man, du weißt echt nicht, wann Schluss ist. Da ist er wieder voll übers Ziel hinausgeschossen. Um auch nochmal kurz auf Scream einzugehen, auch einigermaßen okay, eingeflochten in die Story und trotzdem so ein bisschen unter Wert geschlagen, würde ich sagen. Sie connectet gar nicht richtig mit der Geschichte, sie wird nebenbei so ein bisschen erzählt. Sie sieht auch plötzlich ganz anders aus als in den vorherigen Storys. Plötzlich kurze Haare und die Zeichnungen kommen ihr nicht ganz entgegen, das will ich damit sagen. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Sobald der Name fällt, weiß man eigentlich, es handelt sich um Scream, um Donner. Und sie ist mit so einem anderen Symbionten unterwegs, der halt in Planet of the Symbiotes entstanden ist, der dann direkt abgemurkst wird, weil unwichtig und wir müssen ja wieder ein Status Quo erreichen irgendwie für die Symbionten. Und dann trifft halt auch sie relativ schnell auf diesen Alien. Und versagt komplett, wird halt nass gemacht. Und auch zum Schluss wissen wir eigentlich nicht wirklich, ja was passiert denn jetzt mit ihr? Keine Ahnung. Der Alien wird besiegt von Venom, wieder in einem großen Flammenmeer. Es ist Larry Hammers große Schwäche, diese Flammen, die Venom überhaupt nichts anhaben können. Und dann hört man eigentlich nichts mehr von Scream. Also auch hier wieder so ein bisschen bedeutungslos und da hatte ich mich doch so drauf gefreut. Weil Scream selber ihren nächsten Auftritt in, ich glaube es war Separation Anxiety, noch so groß angekündigt hat. Dass sie selbst Carnage killen wird und so weiter und so fort. Gut, auch hier kann ich nicht bewerten, was im Planet der Symbionten passiert ist. Vielleicht war da ja was. Vielleicht war da was. Dann Shame on me. Aber hier war es wieder so ein bisschen bedeutungslos. Und das ist schade. Auch das grundsätzliche Charakterkonstrukt, also wie sie zueinander stehen, ist ziemlich stabil von Larry Hammer. Wir haben hier Venom, wir haben das NYPD, wir haben Scream und den Alien. Und jeder hat so zwei Verbindungen. Das NYPD, klar die suchen den Serienkiller, welcher später als Alien identifiziert wird, sind aber hinter Venom her. Hier hat man schon mal zwei Ansatzpunkte. Das Alien, das ist natürlich der Ansatzpunkt für das NYPD, trifft aber zuerst auf Scream. Da dieser Punkt. Scream wiederum trifft aufs Alien, will aber zu Venom hin. Da hat man dann schon mal das Quadrat. Ich weiß, das ist ein bisschen abstrus, was ich hier zeige. Und das ist wahrscheinlich schwer zu folgen. Aber ihr merkt, das passt ungefähr. Und Venom wird dann halt von Scream aufgesucht, beziehungsweise begegnet ihr im Zuge seiner Verfolgungsjagd dann auf das Alien. Weil er will natürlich auch nicht zu Unrecht als der Mörder dargestellt werden. Und weiß auch gar nicht, wie er in diese Situation gerät. Und dann natürlich das NYPD, vor dem er flieht. Und letztendlich trifft sich halt alles in der Mitte. Und das ist das, was ich mit dieser dritten Ausgabe meine. Hier kommt dann alles zusammen. Die Skateboard-Kiddies, die setzen sich oben drauf als Dach, weil sie eigentlich nur mit Venom und dem NYPD in Kontakt kommen. Und das hätte es dann eigentlich sein müssen. Auch die wandern zum Schluss noch in diesen Mittelpunkt. Und das ist ein bisschen unnötig. Auch die zweite Story, die ist richtig, richtig stark. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, die war das Highlight an Along Came a Spider. Und auch dieses Mal, Ivan Skolnick, wieder Chapeau, Daumen hoch, Story aufgegriffen. Nicht nur diese Story, sondern auch die Story, die Backup-Story davor in Sinner Takes All war das. Wo wir uns mit der Jury befassen. Was ich damit schon gesagt habe, ganz großes Kino. Grundsätzlich für so eine kleine Story. Greift der auch auf mit dem neuen Charakter, der da rausgegriffen wird. Die übrigens auch Verbindung in die Vergangenheit hat. Zu einer Avengers-Story. Death Trap. Da war ein Aufstand in The Vault, heißt es so. Dieses große Gefängnis für Verbrecher wie Rhino und so. Also Rhino fällt immer wieder der Name. Und wahrscheinlich war Venom da auch drin, weil Venom auch Part in dieser Death Trap-Storyline spielt. Und also da wird einmal darauf zugegriffen, in der Jury-Storyline von Sinner Takes All. Und jetzt haben wir auch noch Flashbacks dahin. Es ist wirklich alles so gut gemacht von Ivan Skolnick. Was er da alles rausholt an diesen drei kleinen Backup-Storys, die doch so unbedeutend sind. Wir verfolgen wieder Hybrid. Und Hybrid wird diesmal in seiner Sinnhaftigkeit etwas umgeändert. Das letzte Mal war es ja nur, um uns zu zeigen, hey, es gibt auch gute Symbionten, die gar nicht so aufs Killen aus sind. Und diesmal ist es eher, wie schaffe ich in einem Gewissenskonflikt diese vier Symbionten zu kontrollieren. Wenn selbst die Symbionten Gewissenskonflikte haben und nicht nur ich, Scott Washington selbst. Es ist unfassbar gut. Wir haben Textkästen, innere Monologe, wo man plötzlich sieht, welcher Symbiont gerade am Zug ist. Weil alle Textkästen unterschiedlich farbig unterlegt sind. Es ist so gut. Und habe ich schon die Zeichnung erwähnt von Jim Califiore. Wirklich, wirklich richtig gut. Nochmal ganz anderer Stil als letztes Mal. Nicht mehr ganz so realitätsnah. Auch die Schattierungen sind wieder ein bisschen runtergefahren. Wodurch die ganze Struktur ein bisschen verliert. Aber auch eher ganz tolle Zeichnung. Hybrid wirkt wirklich richtig, richtig gut. Hat mich super unterhalten in Sachen Zeichnung. Richtig klasse Arbeit von beiden Kreativköpfen dahinter. War super. Und dieses Zusammenspiel wieder von Scott Washington und den vier Symbionten machte so viel richtig. Das Ganze wird dadurch verstärkt, dass die Jury ihn diesmal gefangen nimmt. Sie wissen gar nicht. Also der eine Wachmann weiß gar nicht, dass er gerade seinen ehemaligen Wachmann-Kollegen aus dem Vault, da hat man die Verbindung, gerade gefangen nimmt und tötet. Und augenscheinlich. Scott Washington und die Symbionten schweben in Lebensgefahr durch diesen Trennungsprozess. Und das wird dann von den Oberen entschieden. Gar nicht mal durch diesen Wachmann, der dann später als Geisel von Hybrid gehalten wird. Und auch gar nicht mal von Hybrid an sich, weil Scott will das gar nicht. Scott erkennt seinen alten Kumpel da drin. Aber die Symbionten kennen ihn halt noch aus Lethal Protector. Von ganz, ganz, ganz am Anfang. Und hassen ihn deswegen so. Und diese Symbionten, die eigentlich nur für Gutes einstehen wollen, rasten komplett aus. Und dann kommt halt der große Clash. Die Jury kommt, will Scott Washington sich vorknüpfen, töten. Und dann kommt Vance Estrovic in die Story mit den New Warriors. Wie gut ist das denn bitte? Auch das hat man sich richtig geil aufgebaut in der letzten Storyline. Und auch, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Homie hieß, der auch in seinem Slum da wohnte, in seiner Baracke. Der Kumpel, der die Killer verärgert hat mit auf dem Basketballplatz in der letzten Storyline. Auch der spielt wieder einen Teil da drin. Der ja übergewandert war zu der Gang und dann wieder bekehrt wurde. Und ich sag's ja, so viele tolle Plot-Twists da drin. Ich rede mich hier schon wieder in Rage vor voller Begeisterung. Und das ist einfach ganz, ganz, ganz toll für eine Backup-Story. Nicht mal das, auch hier wieder für mich absolutes Augenmerk bitte auf die Backup-Story. Das ist das eigentliche Highlight. Ich bin so hin und weg, wie Ivan Skolnick es schafft, alles so sinnvoll und geil zu verknüpfen. Ganz am Anfang Lethal Protectors mit den vier Symbionten. Hin zu Separation Anxiety. Hin zu Sinners Takes All Back-Storyline. Wo alles schon mal seinen Lauf nimmt mit dieser Jury-Geschichte. Und jetzt haut er das alles zusammen und er macht da sowas Tolles draus. Es funktioniert so gut. Und dann auch noch das Einbinden von dieser Avengers-Storyline-Death-Trap dazwischen drin. Denn, oh, das ist so genial, was er da macht. Und ich glaube, das war jetzt erstmal der letzte Hybrid-Auftritt für die Backups von Venom. Das ist so schade, weil das ist Weltklasse gewesen. Richtig gut. Wieder mindestens mal 8 von 10. 9 von 10 auf jeden Fall. In meinem Hype jetzt fast einen 10 von 10. Ganz, ganz großes Kino. Hybrid, beziehungsweise Scott, bekommt dann auch das Angebot, als alles, als die Fronten geklärt sind. Aber wirklich mit Sinn und Verstand geklärt sind. Nicht einfach nur Klopperei. Es wird hier kommuniziert, es wird gesprochen, Probleme behandelt. Ganz großes Kino. Bekommt er das Angebot, den New Warriors beizutreten. Und er lehnt ab, weil er sagt, ich muss erstmal mein eigenes Leben in den Griff bekommen. In meinem Ghetto. Ich muss das da regeln. Ich muss mich selber finden. Ganz kluge Entscheidung. Aber nicht für seine weitere Comic-Zukunft. Denn danach haben wir ihn leider nur noch sehr, 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 sehr selten gesehen. Und das finde ich schade, weil hätte man hier anstelle von Ivan Skolnick gesagt, ich bin dabei bei den New Warriors, wer weiß, wie wir dann Scott Washington, beziehungsweise Hybrid, heute sehen würden. Also, das ist mal wieder sowas. Fifty-fifty Butterfly-Effekt. Wäre es anders gewesen. Was wäre dann heute gewesen? Keine Ahnung. Bestimmt richtig geil mit ihm. Dann wäre vielleicht Hybrid die Nummer 1 und nicht Venom oder Carnage. Und, naja, kann man jetzt nicht mehr ändern. Ist so. Und ich freue mich trotzdem, dass ich die Backstories von Hunted und dann auch noch von Along Came a Spider so abgefeiert habe und in meiner Sammlung habe. Richtig großes Kino. In dem Sinne, Comic-In ist raus. Bis dann.